ich bin jetzt hier in einem schlachthaus in belgien in der hier werden die Tiere getötet und hier sind die Messer und die Wetzsteine und die Tanschuhe, Schleifstein was genau da jetzt jede einzelne Anlage ist und was die macht weiß ich nicht aber hier an der Decke wenn die Tiere zerlegt und liegen hier an der Decke entlang und bluten hier aus und werden betäubt vorne sind Kühe und Schweine in dem Betrieb hier sind die Kühleiser und hier hier ist die Besetzung es sind ungefähr 80 Menschen aus Frankreich und Deutschland die mit Lock-Ons und Ketten also Hände in die Rohre gesteckt untereinander hier wird laut hier wird laut blockiert extra Lucie Und hier kann man die Tiere hören. Hier werden die Tiere hier rechts umgeführt und da geht es dann in die Schlachtanlage. Hier wird dann die Klappe aufgemacht und dann hier lang getrieben und dann zurück ermordet zu werden. Hier ist auch kein einziges Stück Tageslicht zu sehen, nur ein Dach und Schlemmer.